Emilia, komm mal, hör mal auf zu streicheln, dann kommt sie bestimmt gleich zur Kamera. Oh nee, sag ich, streichel bitte weiter. Ja, so eine ruhige, unauffällige Hündin. Emilia, Emilia, komm zu mir. Ja, fein, wir tun schmusen, gell? Prima, Schneck, gehst du? Ja, du bist ein treuer Gefährte, gell? Emilia. Ja, der Wiedel. Komm her. Hi, und nimm raus. Ja, immer so unterwürfig, gell? Aber das streicheln, das gefällt sich schon, gell? Ja, 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 ich weiß schon, das gefällt dir. So eine ruhige, so eine hübsche, zeig mal, wie hübsch du bist. Oh, jetzt kriegen wir gerade einen Bussi angriffen von uns. Da kriegen wir einen Bussi angriffen. Älze, älze. Ja, immer bist du mich herumgeheb. Hm? Ja, ja, an mich. Du Hübsche. Boah, bist du eine sanfte. Bist du eine sanfte. So groß und dafür so viel sanft. Umso sanft. Okay. Jetzt zeig dich nochmal. Ja, bist du eine hübsche. Und zur nächsten Streichelstelle. Doch wieder zu mir. Ja, komm her. Ja, gibt der Kamera noch ein bisschen.